Hey Leute, ich bin's wieder, GYJT, Galvin, Jovan, James Thomas und ja, heute spiele ich, ja ganz genau, diesmal GTA San Andreas, die Trilogie, die definitiven Edition auf dem Tablet. Die restlichen Spiele habe ich schon auf dem Tablet schon gespielt und auf dem Handy auch, auf dem Handy ist Display kleiner, auf dem Tablet ist Displaygröße, auf dem Computer habe ich sogar, letztes Jahr sogar schon gespielt und habe sogar schon gezeigt, aber Handy und Tablet sage ich jetzt, weil es auch vor kurzem verfügbar ist heute, 14. Dezember, mit einem einfachen Abonnement kann man es halt spielen, aber die Trilogie-Definition, die rechtlichere, und das sogar kostenlos, aber Netflix-Abonnement kostet halt Geld und deswegen kann man halt so dann halt gratis die Spiele runterladen und spielen, aber die ganzen normalen GTA-Reine Spiele, die auf dem Tablet und Handy verfügbar sind und sogar für den PC, aber da geht sowieso noch das andere Spiel, GTA-Reihe, aber die restlichen GTA-Spiele, die auf dem Tablet und Handy verfügbar sind, das ist dann halt, da kostet halt Geld, aber Spiele-Einstellung ist scheiße und die Grafik ist recht, die kann man nur da so gut machen, so ist es fast noch schlechter, aber es geht etwas besser, aber etwas, deswegen geht jetzt, und sie verlabern, das hier. Ja, also wenn ich den Scheiß überspringen. Ja, es hat Wout das gleiche. Ja, 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 ja. Sieht das geil aus, als er. Ja. Oh, also wie geil ist er. Jetzt verpiss dich. Oh, weiter. Weiter. Vielleicht erst später. Das auch vielleicht später. Aber nur vielleicht. Später definitiv, aber jetzt ganz bestimmt nicht. Ich kann es sogar mit einer Hand. Seht ihr doch. Mit anderen Halt halte ich das Handy. Ja, jetzt geht's. Das dauert so lange, deswegen sehen wir jetzt gleich. Okay. Dann gehe ich halt jetzt hier rein. Dann komme ich halt da raus. Was ich euch zeigen wollte, wie schön es hier halt aussieht. Oh, geil, da hat die Sonne. Wie denn? Wie denn? Wie denn? So spät. Ja, ah, das war's eigentlich schon. Ja, jetzt den Scheiß. Ja, ich kann es nicht. Ja, ich kann es nicht. Ja, ich kann es nicht. Das war's für heute.